Was ist die Zertifizierung? Was Sie sich sicherlich vorstellen können, ist, dass wenn wir beispielsweise jetzt jedem Kunden die Möglichkeit einräumen möchten, mal in unseren Datacenters nachzugucken, wie es denn da so aussieht, ob die Prozesse alle laufen und ähnliches, dann hätten wir einen sehr, sehr hohen Tourismus tatsächlich in den Rechenzentren, was der Sache sicherlich nicht dienlich wäre. Denn wir wollen ja tatsächlich hochsichere Rechenzentren haben, in denen wirklich extreme Zugangsbeschränkungen existieren oder ähnliches. Wie kann man es jetzt tatsächlich schaffen, gleichzeitig eine Kontrolle auszuüben, ohne dass man tatsächlich selber nachgucken muss? Dafür gibt es eben das Instrument der Zertifizierungen von Standards und von Audits und Auditoren. Das sind alles Begriffe, die in dem Kontext wichtig sind und vorkommen. Und wichtig ist auch einleitend schon mal festzustellen, dass Microsoft der Cloud-Anbieter ist mit der größten Anzahl von Zertifizierungen weltweit. Und zwar sowohl an internationalen Standards, eine ganze Menge Abkürzungen. Vielleicht sind Ihnen ISO 27001 schon mal begegnet oder SOC-Zertifizierungen, also für Standard Operation Controls oder International Standard Operations and Standards Organization Zertifizierungen. Eine ganze Menge, das ist längst nicht abschließend. Wir haben weit über 50 Zertifizierungen, wo auch regelmäßig welche dazukommen. Neben diesem internationalen Standard gibt es natürlich eine Menge Industriestandards. Zum Beispiel in Deutschland wichtig ist TISAX als Standard, der für den Datenaustausch und das Datenhandling in der Automobilindustrie besonders wichtig ist. Es gibt Regularien, die gibt auch von der Finanzindustrie, die BaFin als die entsprechende Regulierungsbehörde für Deutschland vor, die eingehalten werden. Und es gibt nochmal regionale Standards, zum Beispiel zu nennen der wichtige C5-Standard, den das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vorgegeben hat, aufbauend auf Dingen wie dem IT-Grundschutz-Compendium. Aber es gibt eben auch in vielen, vielen anderen Ländern eine große Menge von Zertifizierungen, von Standards, die existieren, nach denen man sich zertifizieren lässt oder zu denen man auditiert werden kann. Wichtig, wir sind führend in der Anzahl der Standards, die wir in all diesen Segmenten umsetzen und adressieren. Um ein paar nochmal rauszugreifen, Sie haben ja gesehen, ich könnte jetzt nicht über 50 Zertifizierungen und Standards erzählen, die aber zum Teil eben nur in unterschiedlichen Regionen relevant sind. Ich glaube, was hier wirklich wichtig ist, ist mal zu gucken, was ist für uns in Deutschland von größerer Relevanz. Und zum Beispiel ist es der grundlegende Standard ISO 27001, der sich mit dem Thema Information Security Management Systems beschäftigt. Das heißt, wie muss ein System mit Kontrollen, mit Prozessen technisch ausgestattet sein, um eine sichere IT-Umgebung betreiben zu können. Ein relativ neuer Standard, nicht ganz neu, aber ein Nachfolgestandard ist der ISO 27018, der eben den Umgang mit personenbezogenen Daten im Rahmen der Auftragsverarbeitung in der Cloud vornimmt. Also wirklich mit den Kronjuwelen, also tatsächlich personenbezogenen Daten im Umgang. Ganz neuer Standard, ein paar Wochen alt, ist der ISO-Standard 27007, der jetzt Standards dafür vorgibt, wie hat ein Privacy-Management-System, also ein System zur Gewährleistung des Datenschutzes in Organisationen auszusehen. Dann die SOC-Standards, System and Organisational Controls, der schon erwähnte C5-Standard. C5 steht dabei für Cloud Computing Compliance Criteria Catalog. Das ist das, was vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik rausgegeben wurde. Auch schön international formuliert, damit sich natürlich auch alle Anbieter international daran halten können und sich darunter vorstellen können. TISAX hatte ich schon erwähnt. Aus CRITIS heraus kommen Anforderungen, die jetzt nicht unbedingt schon so ein Standard sind im Sinne von ISO oder SOC, aber an denen entsprechende Nachweise erbracht werden müssen. CRITIS steht für kritische Infrastrukturen. Auch etwas, was vom BSI dann notifiziert wird. Und eben das, was von der BaFin kommt, also der BAIT, die bankenaufsichtlichen Anforderungen für die IT. Das sind wesentliche Standards, die existieren zum Aufbau, zum Betrieb von IT-Systemen und insbesondere in der Cloud, die in Deutschland existieren, die wir alle erfüllen. Für uns besonders und sicherlich auch für Sie von besonders großer Bedeutung, weil es sozusagen von unserer Leitinstanz, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, herausgegeben wurde, ist eben der C5-Standard gleich vorweggenommen. Es gibt seit Januar eine neue Version. Jetzt gibt es eine Übergangsfrist, nach der sich alle Anbieter dann auch darauf einstellen können. Und sie ist bindend ab 2021. Aber diese C5 spezifiziert eben die Mindestanforderungen an ein sicheres Cloud-Computing und ist wirklich eine gute Orientierungshilfe. Ich glaube, es sind über 119 Controls, die da drin beschrieben sind. Also Dinge, die man prüfen muss und prüfen sollte und die wir erklären müssen, wie wir es tun, damit diejenigen, die sich einen Cloud-Anbieter aussuchen, sagen können, okay, wenn ein Anbieter C5-zertifiziert ist, dann erfüllt er diese entsprechenden Anforderungen. Wichtig ist auch nochmal, überhaupt das ganze Datenschutz-Thema wissen wir ja alle, das ist immer eine gemeinsame Verantwortung von denjenigen, die Verarbeiter sind oder die verantwortlich sind. Und das ist damit auch ein ganz wichtiges Kriterium, die Anwendung oder die Nutzung des C5-Katalogs für ein kundenseitiges eigenes Risikomanagement, das aufgebaut werden muss. Was heißt denn das jetzt eigentlich, wenn man sagt, jetzt haben wir einen Standard und ich habe eben schon von sowas gesprochen wie Controls und ich will das ganz kurz nochmal am reißen, ohne es zu komplex zu machen, aber damit man sie versteht, wie die Abläufe aussehen in so einem Standard, Zertifizierung, Auditschritt und was man eigentlich davon hat, wenn man sich das anguckt. Also man hat diese unterschiedlichen Standards und da definieren sich jetzt mal unterschiedliche Anforderungen, die wir jetzt einfach mal AX bis AZ genannt haben in unterschiedlichen Schwerpunktbereichen. So und dann hat der Anbieter, hat selber aus seiner Organisation Maßnahmen definiert, wie er sein Rechenzentrum betreibt, wie er sein Personal auswählt und bindet und vertraglich bindet, wie Produkte reingenommen werden ins Rechenzentrum und ähnliches. Das sind verschiedene Maßnahmen. Und die Aufgabe besteht jetzt eben daran, ein Match herzustellen, also eine Verbindung. Wie bilden sich diese Anforderungen, die sich aus den Standards ergeben, ab auf die Maßnahmen, die der Anbieter jeweils hat und da gibt es einen entsprechenden Match, der erstmal gebaut werden muss. Also jeder Anbieter kann für sich sagen, ich beantworte die Anforderungen aus den Standards mit diesen entsprechenden Maßnahmen und stelle diesen Katalog her. So, wenn wir uns das jetzt angucken, jetzt gibt es also den Anbieter und es gibt diesen Erfüllungskatalog für den Standard und dann gibt es die sogenannten Auditoren oder die Prüfer, die jetzt sozusagen die Vertrauensinstanz sind und quasi stellvertretend für den Kunden sich angucken, stimmt denn das, was jetzt da der Anbieter da erklärt. Der prüft zunächst mal, ob dieser Match zwischen den Anforderungen eines Standards und dem, wie der Anbieter sagt, dass er sie beantwortet, ob das tatsächlich sinnvoll, richtig, vollständig ist und korrekt ist in diesem Fall. Er prüft dann aber auch nicht nur, ob dieser Match stattfindet auf einem theoretischen Bereich, sondern er guckt sich auch an, wie denn die Ummaßnahmen tatsächlich umgesetzt werden und was er dann macht, ergibt sozusagen zwei Antworten. Er sagt, ja, der Match stimmt, damit werden mit diesen Maßnahmen alle Anforderungen des Standards adressiert und er sagt, und wir haben auch geprüft, dass der Anbieter tatsächlich die Maßnahmen nicht nur beschrieben hat, sondern sie auch tatsächlich umsetzt und das Ganze führt dann zu einem Testat oder Zertifikat oder zu einem Prüfbericht, je nachdem, wie das Ganze gestaltet ist. So, und der sieht also dann tatsächlich so aus. Wer hat jetzt was davon? Wir natürlich, wir haben einen direkten Konformitätsnachweis, wie ich das eben sagte. Wir haben weiter über 50 Standards weltweit oder Zertifizierungen, sodass wir auch sagen können, liebe Kunden, Sie können uns vertrauen, Sie müssen uns nicht blind vertrauen, sondern Sie können uns faktenbasiert vertrauen. Natürlich erfüllen die Anbieter damit entsprechende Beschaffungskriterien. Man kann sich natürlich zum Wettbewerb differenzieren, wenn man wichtige Standards erfüllt oder auch nicht. Und es dient natürlich, das Vertrauen im Markt zu stärken und aufzubauen. Was hat der Kunde davon? Er erfüllt natürlich eigenregulatorische Vorgaben, die er hat. Dadurch, dass er bestimmte Dienste, die zertifiziert und audifiziert sind, in seine IT-Landschaft integriert, schwächt er eben nicht seine eigene regulatorische Konformität. Er kann sich sicher sein, dass das, was er da einkauft, auf dem Stand der Technik implementiert ist und umgesetzt wird. Und er wiederum kann gegenüber seinen Endkunden damit auch signalisieren, wir setzen auf zertifizierte, vertrauenswürdige Partner im Angebot von Cloud-Dienstleistungen und kann damit auch gegenüber seinen Endkunden entsprechendes Vertrauen generieren. Eine C5-Attestierung, um das nochmal griffiger zu machen, eben jetzt ein bisschen weg von der Theorie. Ich sagte eben schon, eine C5-Attestierung bedeutet, dass es 119 Anforderungen gibt, die das BSI in seinem C5-Katalog definiert hat, in diesen unterschiedlichen Bereichen. Also sei es von Personal, welcher Cloud-Betrieb eingesetzt wird, wie ist der Regelbetrieb zu organisieren, wie muss mit Kryptografie und Verschlüsselung umgegangen werden, wie geht man mit Sicherheitsverstößen bei den entsprechenden Bereichen um. All das sind die verschiedenen Kategorien, die dargestellt werden. Und hier, um das jetzt mal konkret zu machen, wie das aussieht, das BSI hat gesagt, es ist sinnvoll, auch die C5-Attestierung im Rahmen einer SOC2-Zertifizierung vorzunehmen, weil sehr viele dieser Kontrollen sich daran anlehnen oder darauf aufbauen. Und diese drei Schritte, die ich eben auf der Grafik schon gezeigt habe, finden sich genau hier wieder. Zum einen attestiert in dem Fall die Leute im Tusch als der Auditor sozusagen, dass das System vollständig beschrieben worden ist, was wir einsetzen für unseren Cloud-Betrieb. Zum Zweiten beschreibt es hier in diesem Absatz, dass dieser Match zwischen den Anforderungen des Standards und den Maßnahmen, die Microsoft getroffen hat, richtig sind, vollständig sind. Also sagt, dass alle Dienstverpflichtungen angenommen werden und dass die entsprechenden Kriterien erfüllt werden. Und die wesentliche Aussage ist, dass die in C5 festgelegten Ziele erreicht werden, wenn die Kontrollen in diesem Zeitraum wirksam funktionieren. Also das heißt, der Match ist richtig und erfüllt die Kriterien. Und der letzte Absatz, der sagt eben, und sie funktionieren. Die Kontrollen, weil sie eben nicht nur sich die Papierlage angeguckt haben, sondern sie gehen dann wirklich in die Rechenzentren rein, sie reden mit unseren Leuten, sie lassen sich das zeigen und vorführen und gucken sich das ein. Und das Testat heißt dann eben und bestätigt, dass die in C5 dargelegten Ziele tatsächlich erreicht wurden. Das ist mal so ein bisschen die Darstellung zum C5-Standard. Vielleicht noch mal ein bisschen zu den Rhythmen. Das ist keine Sache, die man einmal macht, sondern das ist eine regelmäßige Aufgabe. Natürlich ändern sich Prozesse, kommen neue Produkte, neue Services in das Rechenzentrum. Hier mal das Beispiel, das gilt für alle anderen Standards. Sie haben ihre eigenen Rhythmen. Aber man sieht, dass zum Beispiel die 27.01, die 18, die die 7.01 halbjährlich wieder auditiert werden müssen. Eine SOC 2 eben auch halbjährlich. C5 halbjährlich zusammen mit dem nächsten SOC-Audit, was stattfindet. TISAX unterschiedlich dreijährig, Nachweisprüfung zweijährig. Also man sieht, es gibt ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren, das wir weltweit, eben ja nicht nur für diese Standards, sondern auch für weltweit andere regionale Standards bedienen müssen, wo wir laufend und regelmäßig nicht nur einmal erklären, ja, wir erfüllen eine Zertifizierung, sondern wir immer wieder den Nachweis antreten mit den Auditoren, gegenüber den Auditoren, dass es tatsächlich auch stattfindet. Kannst du mir gerade noch mal erklären, mit dieser C5 und SOC 2 zusammen, ist das dasselbe? Oder wie war das jetzt mit dem, wenn dann andere Kontrolls einfach? Also C5 ist ähnlich wie damals das BSI, das beim IT-Grundschutz auch gemacht hat. Die haben auch schon sehr viel auf internationale Standards und Kontrolls gesetzt und das haben sie dieses Mal auch gemacht. Das heißt, sie haben sich bei diesen 119 Anforderungen definiert haben, haben sie sich angesehen, wo gibt es denn in unterschiedlichen Standards schon ähnliche Kontrollen, wenn es zum Beispiel darum geht, welche Nachweise muss bei der Personalgewinnung getroffen werden? Wie muss der Beschaffungsprozess für Hardware oder sowas für die Rechenzentren geregelt sein? Wie muss zum Beispiel die Vernichtung von Festplatten geregelt sein, wenn es darum geht, dass Festplatten aus dem Betrieb rauskommen? Das sind alles Sachen, diese 119 Dinge, da hat sich das BSI jetzt nichts komplett Neues überlegt, sondern hat festgestellt, das deckt in weiten Teilen, die haben sich aus unterschiedlichen Standards was rausgeholt. Die größte Abdeckung gab es mit diesem SOC-Standard. Und die gute Idee ist dann halt tatsächlich zu sagen, dass man das da in diesem Standard mitzertifizieren darf. Das heißt, wenn wir das mit dem Auditoren machen, dann machen wir eine SOC-2-Zertifizierung, da ist dann die C5-Zertifizierung mit umschlossen. Also das sind quasi nur noch ein paar weitere Kontrolls, die C5-spezifisch sind, werden dann einfach noch mitgemacht. Die werden danach zusätzlich dann mitgemacht, aber der Großteil ist abgedeckt. Deswegen ist das auch ein gemeinsamer Auditbericht. Okay, gut, das klärt es jetzt. Danke. So, und um das Ganze auch für Sie nochmal nachvollziehbar und transparent zu machen, hier wieder ein QR-Code auf unserem Microsoft Trust Center, in dem viele, viele Themen rund um das Thema Sicherheit betrachtet sind. Eben auch das Thema Sicherheit, Datenschutz insgesamt, aber eben auch Compliance. Dazu zählt das jetzt, also Konformität. Und dort findet man eine lange, lange Liste von allen Zertifizierungen zu allen Standards, die wir eben aufgeführt haben, die sich jeder runterladen kann. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie dazu erstmal Ihre E-Mail-Adresse eingeben müssen, weil es für uns wichtig ist, weil, ich sagte ja schon, das ändert sich. Es gibt regelmäßig neue Auditberichte, die dann zu kommen. Und wir sind natürlich auch verpflichtet, wenn beispielsweise irgendein Zertifikat zurückgezogen würde oder irgendwelche Neuigkeiten ergeben, dass wir wissen müssen, welchen Stand hatten Sie und damit wir Sie informieren können, dass sich was geändert hat daran.